Was hat der Gardasee mit der Gründung eures Startups zu tun? Cool, dass du fragst, das war der Start unseres Startups, die Initiative. Wir saßen zusammen mit einem Aperol Spritz und haben darüber nachgedacht, was so coole Geschäftsmodelle es gibt draußen am Markt und wie einfach die doch eigentlich sind, wenn man im Nachhinein, wenn sie am Markt sind, betrachtet. Und dann kamen wir drauf, hey, nee, da ist trotzdem sehr viel Arbeit dahinter. Man muss anfangen, Ideen zu sammeln und diese auszuarbeiten. Eine Idee kommt nicht über Nacht, die fällt nicht vom Himmel. Und da haben wir den Entschluss, das erste Mal richtig gefasst zu sagen, wir gründen ein Startup, wir sammeln jetzt Ideen, Alltagsprobleme und daraus gründen wir eine Idee und eine Lösung raus und daraus gründen wir. Und so ist es dann auch ein Jahr später passiert. Und ich glaube, von den 50, 60 Ideen, die wir hatten, waren irgendwie 55, kompletter Schrott. Aber wir sind dann mit ein paar in die engere Auswahl gegangen. Und ja, jetzt hat es geklappt. Also wir stehen jetzt hier, wo wir heute stehen. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal. Mal. Mal. Vielen Dank.